Mein Name ist Stefan Lump, ich kenne Andreas schon seit über 30 Jahren, so als ich 15, 16 war. Er ist ja bei uns in der Region extrem bekannt, unter anderem als Personal Coach. Vor drei Dekaden hat er ein tolles Fitnessstudio geleitet und ich mag halt seine Art unwahrscheinlich, weil er ein total authentischer Typ ist. Also nichts hier mit irgendwelchen Dingen, die vorgegeben werden und Programms, sondern er ist hemdsärmelig, authentisch, so wie ich es auch mag. Er lebt vor und er ist wirklich das, was er halt ausstrahlt. Ich hatte mal, also vor circa 20 Jahren, nein noch länger, vor circa 25 Jahren, 27 Jahren, war ich mal bei ihm im Fitnessstudio persönlich damals und dann wurde ich über Facebook tatsächlich wieder auf ihn aufmerksam im Jahr 2017 und habe dann zu der Zeit 10 Personal Coaching Stunden bei ihm genommen und er hat mir auch in relativ kurzer Zeit, da haben wir unsere Ziele erreicht, das war nämlich 8 Kilo Gewichtsverlust. Ja gut, ich bin jemand, der beruflich extrem fokussiert ist und da seine Ziele und Teilziele immer extrem verfolgt und ich hatte halt festgestellt, dass durch meinen Lifestyle einfach das Gewicht immer höher geht und wollte da einfach entgegenwirken und auch in dem Bereich eben Health. Mir ging es gut, es war noch kein Gott sei Dank, war ein Zeichen da vom Körper, aber irgendwann wäre es halt gekommen und wollte da einfach dagegen steuern. Ja und da war dann der Fokus auf Gewichtsabnahme und zwei Jahre davor auf den Halbmarathon und das hat halt immer wunderbar geklappt. Die abgesprochenen Ziele, die wir 2017 definiert hatten, hatten wir dann erreicht, nach diesen 10 Einzelstunden waren es da und die Ziele, die ich mir jetzt gesetzt habe, da bin ich der Überzeugung, dass ich die auch wieder erreichen werde. Ich habe jetzt für diese Woche gar nicht das große Gewichtsreduktionsziel gemacht, sondern auch viel Mindset und da ist er halt auch, ein Profi drin, du merkst halt drei Jahrzehnte Coaching-Erfahrung bei ihm. Da geht es nicht nur um Gewicht oder nur um Freihandeltraining, sondern es ist so ein Komplettpaket und er spricht eben alle Teilbereiche an und das auf eine immer bessere Art, also es ist einfach toll.